Es gibt verschiedene Studien, die selbst Straßenbäumen eindeutig gesundheitsfördernde Eigenschaften zuweisen. So fanden Wissenschaftler der Universität von Chicago in einer groß angelegten Studie heraus, dass schon ein einziger Baum vor der Haustür für mehr Gesundheit und Wohlbefinden sorgt. Dazu erhoben sie die Daten von rund 30.000 Einwohnern der kanadischen Stadt Toronto und von 530.000 Bäumen, die die Stadt ohnehin katalogisiert hatte. Ihr Ergebnis? Stehen mindestens zehn Bäume in einem Wohnviertel, so verbessert sich die gesundheitliche Situation so, wie es einer Erhöhung des Einkommens um 10.000 Dollar und einer damit einhergehenden besseren medizinischen Versorgung entspreche. Und wir sprechen hier nicht nur von der psychischen Gesundheit. Gerade die Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Todesursache Nummer 1, sank messbar. Weitere elf Bäume im Viertel führten zu einer Steigerung der Gesundheit analog einer Einkommenserhöhung um 20.000 Dollar oder, anders ausgedrückt, einer Verjüngung des biologischen Alters um 1,4 Jahre. Bäume sind gut. Wald ist noch besser. In Japan kann der Gang in den Wald mittlerweile ärztlich verschrieben werden, findet also sozusagen auf Krankenschein statt, wie mir Eckart von Hirschhausen erzählte. Und aus Japan kommt auch der neueste Trend zu uns herüber, das Waldbaden. Ich muss gestehen, dass ich die ersten Meldungen darüber mit einiger Skepsis las. Im Wald kann man nicht baden, wie soll das gehen? Sich entspannen, in Ordnung. Durch welche Tätigkeit auch immer, das hatte es aber schon immer gegeben. Ist das Waldbaden also alter Wein in neuen Schläuchen? Wie genau es sich von bisherigen Freizeitaktivitäten unterscheiden soll, erschloss ich mir auch trotz der zahlreichen neuen Handbücher zum Thema zunächst nicht so recht. Und warum taucht es gerade jetzt auf? Möglicherweise liegt das an einer Änderung der Stimmung der letzten Jahre, in der sich die Menschen wieder zur Natur zurücktasten. Das hatten wir schon einmal, nämlich in den 1970er und 80er Jahren. Damals sammelten wir in der Schule Korken von Weinflaschen sowie Deckel von Joghurtbechern, um Baumrinde und Aluminium zu sparen. Vielen Dank.